Wenn ihr euer iPhone 5 das erste Mal oder etwas längere Zeit schon etwas in Betrieb habt, werdet ihr feststellen, dass hier oben die Batterieanzeige relativ ungenau ist. Man sieht hier jetzt in diesem Beispiel, dass die Batterieanzeige auf der Hälfte steht. Ist natürlich nicht so praktisch. Deswegen gibt es bei dem neuen iPhone 5 die Möglichkeit, eine prozentuale Anzeige hier einzustellen. Hierfür klickt ihr einfach auf Einstellungen, geht dann auf den Punkt Allgemein und dann wiederum hier auf Benutzung, scrollt etwas runter, bis ihr bei dem Punkt Batterieladung in Prozent angelegt seid. Hier klickt ihr das einmal auf Einschalten und könnt dann hier oben ab sofort eine prozentuale Anzeige sehen. In diesem Fall sind das 60%. Sollte euch auf jeden Fall erleichtern zu wissen, wie viel Energie noch in eurem iPhone steckt. Viel Spaß!